Hallo, ich bin der Puppenspieler Uli und ich habe euch heute einen kleinen Freund mitgebracht. Meinen Freund Hannibal. Und Hannibal ist der kleinste Polizeihund der Welt. Hannibal, kommst du mal bitte nach oben? Hier nach oben, ja komm, hopp. Ja, Hannibal, Hannibal, mach mal bitte Sitz. Ist das vielleicht Sitz? Hannibal, Sitz ist immer auf dem Popo. Hopp. Ja, und Hannibal kann einen ganz tollen Trick. Der kann nämlich seinen Kopf einmal ganz rumdrehen. Hannibal, drehst du bitte mal deinen Kopf ganz rum? Ja, so weit kann jedes Baby noch ein bisschen weiterdrehen. Ja, noch ein bisschen. Oh, jetzt wird's eng. Oh, oh, oh. Klasse gemacht. Und andersrum, Hannibal. Ja. Toll gemacht. Hast du prima gemacht. Ja, fein, Hannibal, fein. So, jetzt komm mal wieder in dein Körbchen rein. Ja, fein gemacht. Ja, das ist Hannibal. Und Hannibal freut sich natürlich auch, euch mal bei einem meiner Puppenspielvorführungen zu sehen. Also, bis dann. Tschüss.